Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Freitag, dem 19. November 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily, 1121 und heute mit den folgenden Themen. iFixit, Spotify mal zwei, Passwörter, Anpass, Revolut Junior, Netflix und Brack. Und ich beginne gleich mit iFixit. Die haben nämlich das gestern in der Geek Talk Daily vorgestellte Reparaturdingens von Apple, die Möglichkeit vom Self-Repair-Service gebraucht zu machen, gelobt. Man sagt nämlich, dass die ganzen Gegenstimmen, die es seit längerem gegen Apple und viele andere Hersteller, die ihre Geräte eher sehr dünn und verklebt machen, entkräften werden bei der ganzen Geschichte rund um Right-to-Repair, wo Apple sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren irgendwann mal mit der einen oder anderen Klage hätte gerechnet haben müssen, dürfen. Wie auch immer, das ist natürlich ein schöner Moment, dass Apple das jetzt anbietet, respektiv anbieten wird. Ab dem nächsten Jahr, wie gestern ihr erzählt, kommt das in den Staaten. Zuerst mal fürs iPhone 12 und iPhone 13 und später dann auch für weitere Geräte. Ich hoffe, dass es bald dann auch in die Schweiz und natürlich auch zu euch nach Deutschland und Österreich kommt. Weiter geht es mit Spotify und die haben das Lyric-Feature, was man bis anhin über In-App und zwar nur in den Staaten nutze könnte, ausgeweitet. Und zwar auf 28 weitere Märkte, die können jetzt allesamt auf die Möglichkeit zurückgreifen, sich Lyrics anzeigen zu lassen. So wie man es bei iTunes oder besser gesagt bei Apple Music seit vielen Jahren schon kennt. In der mobilen Version, in der Desktop-Version, aber auch in der TV-App soll das Ganze möglich sein. Weiter geht es zum zweiten Mal mit Spotify in der heutigen Episode. Genauer gesagt geht es um die im, glaube ich, April irgendwann rundherum vorgestellten Podcast-Abos. Nachdem Apple sie vorgestellt hat, hat ja auch Spotify was gezeigt und das ist dann irgendwann auch gestartet. Vorerst aber nur in den Staaten. Neu und ab heute, also respektiv gestern, ist dazugekommen Australien, Neuseeland, Hongkong, Singapur, Belgien, Bulgarien, Zypien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Litauen, Lettland, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Grossbritannien. Und ja, auch die Schweiz. Was noch weiter dazukommen wird, ist ab dem 22. November, also bald schon, dann auch Deutschland, Kanada, Frankreich und Österreich. Die stossen dann damit dazu. Also all die Podcaster, die rein über Spotify ihren Podcasts, und das sage ich ja immer wieder, es sind keine Podcasts, sondern Spotify-Shows raushauen, die können da jetzt auch darauf zugreifen oder von der Möglichkeit profitieren. Wie immer gegen Ende des Jahres kommen sie die grossen Themen mit den besten XY, Z etc. pro Jahr. Und ja, was ein immer wieder während der Artikel ist, den man eigentlich quasi immer repetieren kann, indem man einfach umschreibt mit der neuen Jahreszahl, ist die Top 10 der beliebtesten Passwörter weltweit. Und was ist da mit drauf? Ja, ganz logisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 1 bis 9 und 1 bis 5 und QWERTY und QWERZ und Passwort und 1, 1, 1, 1 und all das Doofe, was man halt einfach nicht nutzt. Aber viele Menschen leider immer noch tun. Sehr unschön, sehr unsexy, macht was dagegen und nutzt am besten einen Passwortmanager. Gestern hatte ich es erst gerade von OnePassword, heute kommt eine Neuerung zu dem Passwortmanager Anpass. Die haben nämlich eine neue Möglichkeit mit der Autofüllfunktion umzugehen, mit einem Pop-up-Menü. So wie man es bei OnePassword auch schon kennt, sehr einfach, intuitiv und schnell gemacht. Und halt eben deutlich sicherer als mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 als Passwort oder ähnlich Stupides. Genau. Revolut Junior, die Banking-Lösung vom britischen Fintech, welche es schon seit Längerem gibt und unsere Töchter zum Beispiel auch nutzen. Da bekommen sie eine Visa-Karte, wo sie dann mit einer Guthabenkarte, also eine Debitkarte, Geld ausgeben können. Wir können ihnen Taschengeld drauf machen, wir können ihnen Belobungen, Belohnungen drauf spielen und sie können jetzt in Zukunft nicht mehr nur mit der Karte bezahlen, sondern auch mit Apple Pay. Das wird nämlich nächstens freigeschaltet. Wichtig dabei ist, die Revolut Junior App geht für Kinder ab 6 bis 17 Jahren. Apple Pay muss natürlich ein Apple ID voraussetzen und dazu muss man im Alter von 16 Jahren sein. Somit fallen unsere Mädels noch raus, aber irgendwann kommen sie dann auch in das Alter rein. Dann haben wir Neuigkeiten zu Netflix. Nachdem die letzten Quartalszahlen doch recht gut waren, kommt jetzt das, was in Deutschland schon vor kurzem passiert ist und in den Staaten, ja, die Abo-Preise werden angezogen. In der Schweiz das letzte Mal im Jahre 2019, das heisst, der kleinste Tarif bleibt bei 11,90. Der mittlere Tarif geht von 16,90 auf 18,90 hoch, also 2 Franken hoch. Und das grösste Abo geht von 21,90 auf schmerzhafte 24,90 hoch. Ja, wird immer teurer und immer mehr bei diesen ganzen Abo-Kosten. Zu guter Letzt aber noch schöne Neuigkeiten. Am Singles Day, am 11.11. vor kurzem, hat Brack seinen Kunden die Möglichkeit gegeben, auch zu spenden. Man konnte nicht nur online einkaufen, sondern eben auch spenden. Und wie bei Brack üblich, haben sie dann den Spendenbetrag verdoppelt. Das heisst, es gehen nicht nur 35'000, sondern ganze 70'000 Franken an insgesamt 10 Schweizer Hilfswerke. Finde ich eine tolle Aktion. Hat sich gelohnt, da ein bisschen was zu spenden. Welche das das Ganze sind, wo das ganze Geld hingeht, das wird schön transparent auf der Webseite auch ausgewiesen. Haben wir natürlich verlinkt. Auch habe ich es mir erlaubt zu verlinken, für all diejenigen, die Revolut Junior mal nutzen möchten, ein Revolut Referral Code. Wer mag, darf sich gerne darüber anmelden. Wie immer mit dem Hinweis, dass das ein Affiliate Code, also ein sogenannter Referral Code ist. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören. Wenn ihr bald schon Wochenende habt, geniesst es. Ich noch nicht ganz und eigentlich überhaupt nicht, aber das tut ihr nicht zur Sache. Euch einen schönen Tag und einen erfolgreichen Tag. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.